In meinen Zeiten Leute, hier sind wir wieder und dieses Mal wieder die nächsten, naja, da keinen jemanden finden können. Diese findet ihr hier, nachdem ihr öfters mal den, ihn hier besiegt habt. Er lässt nämlich öfters mal sowas fallen. Das sind nämlich, okay, so wird es sich anzeigen, das hier. Das sind die, ja, nächsten Station ist hier nämlich. Nachdem ihr das nämlich das erste Mal das Teil, die ihr den Kanister herholt, kommt nämlich mit dem Kanister eine Audiodatei mit. Nehme ich da, da liegt sie nämlich auch drauf. Oder Videokassette kommt da mit. Und das nächste ist nämlich, wenn ihr jedes Mal startet, geht am besten an den Tisch und den Tisch da hinten. Und hier könnt ihr nämlich Dimensionen des Todes der Teilen finden. Eigentlich fast jedes Mal, wenn ihr das Spiel startet oder jedes Mal, wenn er da vorbeikommt, würde ich an den Tisch gucken. Und das nächste ist, was ihr noch finden könnt, ist, nachdem ihr die Kiste rum abgeschossen habt, dann kommt nämlich auch noch eine Geheimdatei. Ja, somit die nächsten Geheimdateien bis zum nächsten Mal. Holt mir ihre Seelen.